Hey Leute, ein Crusader hier. Willkommen beim nächsten Teil von Dark Souls. So, wie versprochen habe ich jetzt ein bisschen gegrindet, ein bisschen gelevelt, da ich doch ziemlich underpowered habe. Und man sieht jetzt schon, ich habe jetzt auch eine neue Waffe und zwar den S-Dog. Den habe ich auch schon ordentlich upgrade auf Nummer 7, wie man schon sehen kann. Weil, wie ich gegrindet habe, habe ich natürlich im Undead Parish viele Boulder Knights umgebracht und dadurch, die haben auch viele Titanite Shards gedroppt und da habe ich mir schon ein bisschen was leisten können von einer Upgrade-Zierung auch. Und was ich jetzt auch noch habe, ist der Bellowing Dragon Crest Ring. Was der bringt ist, kann man schauen, genau so. Ja, bla bla bla. Auf jeden Fall er boostet mein Sorcery eben. Das ist ur-super, weil jetzt mache ich natürlich auch mehr Schaden, da ich ja im primären Magier bin. Und was ich jetzt auch noch einmal, also primär, wie ich es einfach gemacht habe, war eben, ich habe die Boulder Knights ziemlich oft umgebracht, bis ich ungefähr 20.000 Souls hatte. Das hat so einen Run, hat ungefähr, wenn man alles in den Undead Parish umbringt, naja, 4, 5.000 vielleicht brachzählen. Das ist quasi, ich habe das einfach ein paar Mal gemacht, also 3, 4, 5 Mal, bis ich 20.000 Souls hatte, damit ich mir dann bei dem Andre of Astora, unserem netten Schmied, irgendwas ganz Tolles kaufen konnte. Und zwar, wo ist es denn? Das sind die normalen Keys, aber genau das. Crest of Atorias, das Omen, sieh den, Crest Open Sealed Door in the Heart of the Forest. Und zwar, damit ist diese Tür gemeint. Hier ist man natürlich im Darkroot Base, im Darkroot Garden. Und hier unten, wir haben ja runtergegangen in Richtung Moonlight Butterfly, aber die interessieren uns nicht, den haben wir jetzt schon umgebracht. Und dieses Crest ist wichtig, wenn man schnell Seelen farmen will, was ich dann auch gemacht habe, bis ich dann noch mehr, bis ich was gekauft habe und jetzt Level Up schon gemacht habe. Und zwar, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Das ist eigentlich eine Methode, die nutzt aus, dass das Pathfinding nicht gescheit funktioniert in dieser Area. Und zwar, also man sieht schon, ja, da. Ich habe jetzt schnell und, ich meine, wir brauchen eigentlich theoretisch keine Waffe. Ich mache es einfach mal ohne Waffe. Und renne hier jetzt durch. Auf diesem Bereich ist eigentlich ein Shortcut, wie man zu dem Boss Sith kommt. Also zu dem Hund, also dem Pet-Hund vom Atorias. So, ich renne da jetzt herum, um diese ganzen, wie ihr es ja schon seht, die ganzen Gegner anzulocken, oder? Die müssen wir jetzt schon böse nachrennen, da muss ich jetzt aufpassen, weil... Das ist diese, ähm, dieser Weg ist nicht ungefährlich. Man kann schon sterben, wenn man immer ich ein bisschen zu blöd ist. Und, ach Gott, und, ähm, random getroffen wird, oder... Jetzt muss man hier rennen. Einfach Schild ab und warten, weil man sieht da die Gegner. Die wollen zu mir kommen. Sie rennen einfach nicht daher, sondern sie rennen da oben hin. Weil der Magier schießt, das ist schlecht. Okay, das ist natürlich ein typisches Vorführeffekt. Das funktioniert nicht. Normalerweise rennen die Gegner da rauf. Und fallen da oben. Wenn er sowohl zu mir kommt, fallen eben runter. Und der schießt jetzt einfach ewig... Ah, gut. Einer kommt, jetzt kommt er schon her. Jetzt kommt er her, genau. Ich nehme mir das Sicherheitshalber da. Er fällt auf mich drauf und ist runtergefallen. Das hat jetzt mal 2000 gebracht. Und die bringen eigentlich alle so viel. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Warum... Ach Gott, hab ich die... Ich hab ja alle mitgezogen. Wo sind die jetzt? Hm. Wo sind die anderen jetzt? Auf jeden Fall... Ah, rennen wir noch mal. Jetzt würde ich denken... Ah, der ist wieder zurückgerannt. Okay. Da. Okay, jetzt haben wir den Unsichtbaren und die Sachen. Alter, okay, ausgezeichnet. Also man kann auf jeden Fall... Es sind mehrere so NPCs in Frost. Warum jetzt... Wenn ich jetzt fragt, warum das jetzt so... Normale unter Anführungszeichen sind, das ist, weil... Das ist eigentlich hier der Bereich der Forest Hunters. Und zwar, die beschützen eben das Grab von Notorious. Durch den Sith, äh, Forest Covenant. Und... Der soll irgendwie quasi das Symbol sind da. Springst du auf mich drauf, falls drunter und kommt der Nächste. Die 2.000 brachte da. Jetzt kommt unser Dieb mit dem Forgrowing und da springt er auch runter. Und da sind jetzt wieder mehr Lows. Komm, zeig. Ja, 5.000. Also 6.000 hat er jetzt insgesamt gebracht. 2.000 von jedem. Man kann da eben auch bis zu 9.000 bekommen, weil da weiter oben... Es gäbe auch noch irgendwas sein, auch noch ein Ritter oder ein Priest jedenfalls. Den können wir jetzt in 1-on-1 umbringen. Man soll... Dann kann ich euch gleich zeigen, man soll die nicht zu unterschätzen, diese NPC da. Ist ja genau. Man soll ein bisschen weiter raufkommen, je nachdem. Man sollte hier eben primär mal schnell sein. Da, Backstab, ne? Man soll eigentlich nur schnell sein. Ups, hier, ne? Kein Backstab. Worum geht das jetzt nicht? Damit man eben von denen nicht getroffen wird, so. Ich möchte, wenn Estus ein Backstab macht. Genau, da, weil Estus macht extrem viel Schaden. Backstab schaden. Und das Tolle ist, man kann Schild abhaben und trotzdem angreifen. Also ganz kurz. Das ist eine ziemlich gute Range. Das ist übrigens eine ganz nette Waffe, die ich jetzt benutzen werde öfters. Besser als die Achse auf jeden Fall. Ich möchte jetzt eigentlich nur ein paar Backstabs bekommen. Man sieht eben schon, die sind gar nicht schlecht. Genau, hier der Backstab. Und eben, das sind die Forest Hunters von der Alvina. Den Alvina kann ich ja auch zeigen. Also, die greifen einem eben nur an, wenn man nicht Forest Hunter ist. Und das ist auch der, quasi, dieser Wald da, wird auch gerne genannt, der Dick Step Forest. Weil wenn man hier in menschlichen Form herumrennt, wird man automatisch vom Forest Hunter Covenant invaded. Automatisch und so automatisch, wenn man den Ring von der Alvina, die an der Alvina Zeichel ist, da sieht man schon die nette Mietse Katze da. Das ist die Alvina. Da reden wir mit dir. Ja genau, wir kommen, äh, also eigentlich nicht wirklich jetzt noch nicht, das ist kommen erst später, ja. Blablabla, Felt, jetzt sagst du natürlich, äh, was ist meine decision, ich hab keine Ahnung. Dann gibt es nichts mehr zu sagen. Blablabla. Ich hoffe, jetzt hab ich sie, na, sie redet noch, hilft das mit mir? Na, ah doch, sie redet mit mir. Blablabla. Okay, das ist schlecht, jetzt hab ich sie, glaub ich, wieder gemacht, jetzt kann ich, ah, super. Das heißt, ich kann jetzt nie den, äh, Forest Hunters trailen. Oh Gott, jetzt hab ich mir grad was kaputt gemacht ordentlich. Das wär nicht so gut. Na, egal, passiert. Auf jeden Fall, man sollte eben nicht antworten, dass man da ein böser Grabräuber ist und was mir interessiert ist, dann könnte man, dann lass ich ihn einen Ruder und man könnte eben den, ähm, Covenant join. Jetzt hab ich das Problem, dass, ja. Weil diesen Covenant, das bringt eben was, man kriegt dann mal seinen Ring, den kann man invaden, andere Leute, und kriegt dafür halt, ähm, Upgrade Items und Zählen natürlich. Ist halt hier net, wenn man unbedingt Hardcore PvP machen will, die rennt einfach da herum, und Menschen gestalten, das passiert auf jeden Fall, und primär der, äh, Covenant, äh, bringt eben auch was, dass man dann, wenn man den hat, kann man da durchrehen, ohne dass man angegriffen wird, wenn man dann eben den Sith umbringen will, und das heißt, ich werde ja nicht, dass das machen wird später für die Four Kings, äh, wird das schon ein bisschen interessant werden, aber egal. Ich mach das schon, so. Das war jetzt einmal quasi, wie man schnell, ähm, 6000 Seen bekommen kann, beziehungsweise 7000, wenn man wirklich alle aggro hat und dann da hinten hinrennt und einfach wartet, bis alle nach der Reihe runterfallen. Das kann man eben ziemlich bald machen, sobald er 20.000 Seen hat und dieses Crest kauft, und es bringt mehr als, äh, wenn man zum Beispiel auf der Brücke mit dem den Drachen herholt, dass er irgendwie die Skelette umbringt, das, glaub ich, bringt nur 500 pro Run, das bringt ziemlich viel, und das, das kann man eben schon ziemlich schnell Levels bekommen, so. Jetzt rennen wir da zurück. Weil unser nächstes Ziel wird jetzt sein Sense Fortress. Das brauchen wir nämlich, um dann nach Aenolondo zu kommen, um im Endeffekt dann an das Lord Vessel zu kommen. Gott, hallo. Na, du willst mich umarmen, das mag ich aber nicht so. Da. Die Waffe, die Waffe ist überhaupt, dieser S-Dog ist sehr beliebt bei Dex-Builds, weil er macht natürlich mehr Dex-Schaden. Ich werde ihn dann wahrscheinlich upgraden, dass ich, dass er Int, äh, schade, also dass ich dann durch meine, ähm, Intelligence, äh, dass er da auch einen Ray-Schaden macht, das ist nämlich ziemlich lustig, wissungsweise ich überlege, ich werde wahrscheinlich auch einen Speer, den Speer mit der Seele des Moonlight Butterflies, äh, reingeben, das kann ich dann nämlich erst ab Aenolondo leider, der kann aus den Seelen, also ab Aenolondo, da gibt es noch einen Schmied später, der kann aus den Seelen, die manche Börse da lassen, kann er euch tolle Waffen spielen, spezielle eben, und das Tolle an den Moonlight Speer ist dann, dass der auch mit, ich glaube, das gilt nur mit Int, sind ziemlich gute Waffen für Zauberer, der Mut braucht man eben, muss man erst einmal so weit hinkommen, so, und jetzt zeige ich euch auch gleich, wie, na, habe ich, ich habe meinen, ah, ich habe meinen Stab gar nicht, die Kur, das ist natürlich schlecht, das ist nicht so toll, ich habe ja zwei, Gott, nehme einen, weil hier natürlich, ähm, ich habe bei dem Immo ausprobiert, wie ungefähr, wie stark gerade meine Spells sind, und in Zeiten, die dann kennt ihr vielleicht, nein, Spielen macht ja Probleme, aber als, ähm, als Zauberer hat man eigentlich wirklich den Vorteil, man kann, ihr seht schon, okay, mein gut, ich weiß gar nicht, ob man sich nicht umdrehen will, aber man kann ihn doch von ziemlich weit einfach anvisieren, und dann wartet man einfach, bis er schießt, weil man schießt einfach nur auf euch, weicht aus, und schießt selber, und wenn, also man muss jetzt nicht einmal so tolle, äh, Zauberer haben wie ich, das kann man einfach öfters machen, das ist so ein ziemlich leichter Kampf, weil im Nahkampf kann das eher problematisch werden, weil er doch ziemlich stark herhaut, und das muss man eben ziemlich gut verteidigen, und ich habe einen Demon Titanite bekommen, yay, von diesen Dämonen gibt es nur ein paar im ganzen Spiel, wobei es einen dann gibt, und zwar bei Lost Izalith, der immer wieder respawnt, und hier kann man dann eben diesen Demon Titanite farmen, dieses braucht man dann, um diese Bosswaffen, die man es nicht besser geschmiert hat, abzubraden, so, hallo André, Blacksmith Ahead, ja, ich möchte, jo, brauche ich was geforscht, eigentlich nicht, weil ich, na, ich möchte nicht zurück, ich bräuchte halt mehr Schad, so, jetzt tun wir mal ein bisschen, mein S-Doc und da mein Golden Cloak, ja, ja, ich werde schlicht umbremsen, so, ist es hier noch, na, ich bin sogar schnell ausgezeichnet, oder? Jupp, schnell rollen, gut, so, das war's, und jetzt, ja, dadurch, dass wir jetzt die zweite, ähm, Glock geleitet haben, geht's jetzt ab, nach Sands-Fortrag, das eigene, aber übrigens, wenn ihr euch fragt, ob ihr diesen tollen S-Doc her habt, den S-Doc, weil der hat eigentlich ziemlich niedrige Werte, man sieht schon, man kann ihn mit, wenn man Stärke 10 und Geschicklichkeit 12 hat, kann man ihn schon tragen, das ist eigentlich ziemlich wenig, und er ist auch eine ziemlich gute Waffe, den, ähm, kann man finden, ganz einfach, wenn man beim Falling Shrine runterfährt mit dem Aufzug Richtung New London Ruins, und auf dem Weg dann zu, also wenn ihr schon auf diesen langen, engen Steg seid, zum New London Ruins rüber, seid ihr zu weit gegangen, aber wenn ihr ein bisschen das vorher macht, dann, ähm, ja, dann bekommt man, hui, da springt schon nachher, dann findet man bei einer Leiche den S-Doc, so, und das ist was ganz Tolles, Sands-Fortrag hat hier, ist bekannt dafür, dass 1000 Fallen überall sind und die bösen Schlangenmenschen da sind, ich erinnere das immer irgendwie an Indiana Jones, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, das Problem ist eben immer, das ist einfach auch so ein Gear-Check, ein kleiner, wie stark man ist, weil diese Schlangenmenschen sind hier die normalen Gegner, und schon seht, bei normalen Attacken halten die extrem viel aus, aber durch ein paar Backsteps geht das schon, jedes Magier muss natürlich eher auf die Backsteps gehen, weil gerade die textellte Waffen sind auch keine Waffen, die man einmal herhaut und die extrem viel Schaden machen, sondern da muss man oft herhauen, na gut, jetzt habe ich das cool, und ja, das S-Doc ist voller Fallen gespickt, ein bisschen wie Indiana Jones' Temple des Todes, nicht nur wegen Schlangen, und es gibt hier ein Bonfire, das ein bisschen versteckt ist, das wirklich weiter oben ist, und einmal diese, das zu schaffen ist, eh, ja, sehr haarig, weil man eben nicht nur auf die Fallen achten muss, sondern auf die bösen Gegner, hier sieht man schon so ein paar Beile, die da herumschwirren, da sollten wir immer schauen, dass man das richtig macht, genau, da schießt und da oben Schlangenpriester auf uns, und da ist auch ein Böses dabei, am besten hinter der Brücke stehen bleiben, und immer, ups, nein, das war jetzt schlecht, ups, ich werde den versuchen, zu, nein, das war falsch, komm, komm, warte, nein, ich bin selber runtergefallen, jetzt bin ich tot, ich habe 10.000 Zählen weg, ja, also wie gesagt, das ist schon, oh, ähm, dazu bringen kann, dass er versucht, zu einem hinzurennen, und dann selber halt stirbt, so, ja, ich überlege eh, ob ich nicht, dass dieses Bonfire kindeln werde, damit ich dann immer 10 Estusflaschen hab, bis ich dann nämlich oben bin, das wird halt so ein Hin und Her werden, naja, gut, probieren wir mal, das ist ja im Sands Fortress, und wenn man hier als Mensch herumrennt, ist das, äh, ziemlich dumm, weil da wird man sicher invaded, und weil es den Leuten einfach sehr Spaß macht, hier im Sands Fortress, da kann man sich so lustig herumspielen mit den Fallen, wenn man jemand anderen invadet, ist halt schon ein Wahnsinn, da kommt's her, kommt's her, und jetzt aktive ich die Falle, wenn man da normal rennt, auch gut, natürlich, und die Falle trifft komplett nicht, ist das nicht schön, wenn man zum ersten Mal da reinkommt, das ist mir natürlich auch passiert, ich bin einfach geradeaus gerannt, hab die Fall aktiviert, und zack, nach zwei Pfeilen war ich tot, aber man leert daraus, und man kann aber auch die Fallen zu seinem Vorteil verwenden, gerade bei solchen Sachen, na gut, mit zwei Backstabs geht sich gerade nicht aus, dass ich die umbringe, aber ein dritter hat ein Alpfeil gebracht, ist auch lustig, dass ich jetzt nur einen gearbeitet habe, na upsie, hallo, Backstab, ja, und Astus, also Astus, warum sag ich nur noch Astus, Astus ist natürlich eine super Backstab-Buffer, also die macht auch ein bisschen mehr Schaden, und ja, zack, ständig auch toll aus, wenn das ein langes Schwert ist, und der jemanden aufspießt damit, Hurrobobob, das war Strong Attack, die nicht wirklich was bringt, und jetzt, normale Attacke, und du bist tot, yay, gut, so, jetzt probieren wir, ob wir das jetzt gescheiter zusammenbringen, und ich hoffe, dass ich meine 10.000 Seelen wieder bekomme, ah, die liegen eh dort, gut, 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 dann machen wir das jetzt nämlich, versuchen wir das ein bisschen anders, dass wir diesen netten Schlangenmensch von nebenan, wo ist er jetzt überhaupt, sag, will mich das Spiels nur trollen, wo ist der lustige Schlangenmensch, warum ist der nicht da, was, was ist das, warum, das ist jetzt wirklich komisch, ja, da unten sind auch ein paar lustige Zauberer, aber die sind mir jetzt auch wurscht, gut, ehrlich gesagt, sollen wir recht sein, wenn der jetzt nicht da ist, jetzt warten wir mal kurz, ich jetzt halber, gehen dann rein, das wirkliche Problem ist auch, dass hier dann auf engen Raum muss man auch gegen diese Schlangenmensch kämpfen, und das kann schon problematisch werden, wenn man eben, wie ich, keine wirklich so Orga, Heavy-Hitting-Weapon hat, ah, da ist ein Zauberer, der schießt auf uns, da hätte ich jetzt vielleicht das Schild nehmen sollen, das, oh Gott, ich bin dumm, natürlich, das Schild nehmen sollen, das Thunder, wenn mir, was bringt das, mich mal gleich nochmal heilen, aber durch die Beile wird das auch ein bisschen aufgehalten, die zwei sind ziemlich nah beieinander, so, jetzt bin ich eh nah genug, und jetzt ist du einfach abgestochen, dass ich da quasi durchgehen kann, puh, und ich hab die Falle aktiviert, die mich eigentlich umgebracht hat, aber in dem Fall hat sie in der Schoss, das ist natürlich schön, und ich hab die Flammberg-Waffe bekommen, so, was auch jetzt neu ist, hier in Sans Forges gibt es viele Mimics, die Mimics erkennt man, also die sind die Kisten, die ihr in den Essen wollen, erkennt man ganz leicht an den Ketten, und zwar hier seht ihr auf dem rechten Rand, wo ist es gerade ungefähr, da, also diese Kette liegt in einem Kreis, das heißt das ist eine normale Kiste, die kann man aufmachen, ohne Probleme, wenn diese Kette jedoch gerade ist, uh, ich glaub, damit kann ich meinen S-Doc, äh, äh, S-Doc, ähm, wenn man diese Kette gerade wäre, oder so in einer Schlangeform, dann ist es ein Mimic, der euch angreift, wenn man dann die Kiste eröffnet, wird man genommen-nommt von denen, so, und hier sieht man was Lustiges, und zwar, auf was da, eine nette, liebe Wache, aber die schläft gerade, ja, ja, schlafen im Dienst zu ist, das ist ein Wahnsinn, die Hand nicht, jetzt lassen wir den mal da und schleichen uns ein bisschen weiter vorbei, oh, hello, was willst du von mir, oh je, doch nichts, tja, haha, lololol, ja, Indiana Jones, überall, hier ist es, ups, der ist wieder da, das, das will ich aber nicht, dass du den anderen jetzt aufwechselst, der jetzt von hinten kommt, wolltest du nicht, dass, das ist jetzt wirklich nicht so, das hab ich mir jetzt wirklich nicht so vorgestellt, mach mal das, wow, oh yeah, gerade erwischt, ich würde zum Anruf gehen, aber das war jetzt eine, hab super Schaden gemacht, das ist toll, na gut, also auf jeden Fall, normalerweise ist das dann auch tot, ich weiß nicht, das Spiel ist heute lustig irgendwie, normalerweise sind die sofort tot, also man sieht eben da unten, rollen die Steine ganz nicht runter, ich geh jetzt aber hier hin, weil, oh ja, hier ist natürlich ein Schlangenpeppi, nein, zwei sogar, naja, komm, tritt ihn runter, ich möchte dir noch einen Stoß geben, warum geht das jetzt nicht, wenn ich das will, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, steh auf und renn doch weg, und renn doch weg, und renn doch weg, und renn doch weg, jetzt müssen wir aufpassen, wenn jetzt ein Stein kommt, genau, kommen wir da her, warten da jetzt auf die zwei, dass die runterfallen, Halbert, dann kommt der nächste schon, wann kommt der nächste schon, wann kommt der nächste schon, wann kommt der, ja, passt, kommt schon, Stangen sind auch da, haben ich zwar, aber, yay, sonst tot, Noctil eben noch, ein Steinangriff noch, komm, komm, Inner Jones Stein, lass mich nicht im Stich, zack, und das war's jetzt, glaube ich, beiden, bingo, oh, hier unten liegt auch noch was Tolles, auch von ihm, schnell, ein Man Serpent Greatsorts, super, dass ich in diesem Playthrough da und Greatsorts finde, und die aber, die aber ganz toll zu einem Strength Build passen werden, aber, mir einfach nichts bringen, so, und hier sieht man eben, den haben wir schon getroffen, vor, genau, direkt vor, äh, sind es vor, dass ihr reingehen wollt, und jetzt ist er doch, hm, ja, er hat Splendid News, na, dann erzähl mal, was du für tolle News hast, ja, oje, er kann da nicht weiter, oje, erwarte dem, also, das ist eben der, die Knights of Catarina, die immer sind in Zwiebelrüstung, das ist auch eine kleine, äh, Questline, kann man es nicht wirklich nennen, aber es wird nett, wenn man immer wieder in gewissen Situationen hilft und mit ihnen redet, ähm, ist es eine kleine Geschichte, die dann weiterverfolgt, man sieht das dann auch über die, ups, hier kommt wieder ein Stein, ich glaube, das ist jetzt nicht gut, ähm, das ist eine Geschichte, die eigentlich ein ziemlich tragisches Ende nimmt, wo man dann in einer, unter Anführungszeichen, geheimen, ähm, geheimen Bereich, so optional, nein, mehr optional, optionalen Bereich, dann, dass ich die Conclusion von dem Ganzen sehe, oh, da kommt ein Priester her, na, hello, so, ja, so einfach ist das, wir reden aber da oben hin, weil da oben gibt es auch was tolles, ich glaube, hier oben sieht man gleich mal einen Mimik, oder, ja, genau, nein, ist doch nur eine Truhe, passt, eine Truhe, da ist, glaube ich, ein Ring of Steel Protection, genau, das bringt, das bringt euch einfach Rüstung, der Ring, der ist halt nicht wirklich so, großartig toll, so, jetzt reden wir den, der Kugel danach, jetzt gehen wir doch das erste Fogel, nein, keine Angst, da ist jetzt noch kein Boss dabei, das ist einfach nur so halt, quasi, dass wir das erste Viertel halbwegs gemacht haben, so, das ist jetzt auch so etwas, aber, haha, genau, die kommen jetzt von hinten, die Pfeile nicht von vorne, wie man glauben würde, was einen auch unerwartet treffen kann, dann, unglaub, da, Druckstelle habe ich gesehen, haha, diesmal erwischt es mich nicht, und dann kommt es von der anderen Seite, das ist natürlich auch nicht so schön, so, Backstep, und noch ein Backstep, und dann war es das, und vielleicht, ich bin gerade sogar guter Dinge, und glaube, ich könnte es vielleicht sogar zum ersten Bonfire schaffen, aber wahrscheinlich, wenn ich das jetzt gesagt habe, werde ich es nicht schaffen, aber wir werden schon sehen, in Sense Fortis gibt es viel noch zu entdecken, man kann zum Beispiel auch den Bighead Logan, von dem dann, dieser Zauberer, den wir gerettet haben, ganz am Anfang immer redet, von seinem Meister, den können wir heute auch befreien, den finden wir dann später, aber dann brauchen wir auch einen Schlüssel, als erstes, was ist da wieder Platz, den, hat wohl auch jemand gekämpft, ob ich es da hingegangen, ha, na, das ist in Sense Fortis lustig, ah, genau, weil, hier kommen auch die Bälle, wenn man schnell ist, kann man da oben hinrennen, also schaffen es bis ganz rauf, das bin ich nicht, ich habe nur zwei Essens, wahrscheinlich werde ich das nicht machen, aber ich werde was anderes machen, und zwar, zu früh nach vorne gehen und von dem Ball getroffen werden, natürlich, das mache ich, dass mich gleich mal heilen muss, oh je, na, das ist jetzt eine Chance, jetzt warten wir auf den nächsten Ball, komm, einer noch, genau, jetzt rennen wir hier, und hier, schaffen es, schaffen es, ja, wir schaffen es natürlich, so, wir schaffen den Weg, aber hier ist auch was Tolles, hier seht ihr ein Loch, da fallen die Bälle jetzt alle rein, komm, so, da müssen wir ein bisschen warten, weil es gibt ja verschiedene Wege, und es ist nicht, dass überall immer die Steine rollen, sondern, das wird oben von, dann manipuliert, das seht ihr dann später, ich warte jetzt hier, weil, wenn das vollgefüllt ist, endlich, durchbricht nämlich ein Ball dann diese Wand hier, und man kann da hinten den, ähm, Gold Serpent Ring finden, mit dem man erhöhte Item Chance, Item Fin Chance hat, und das bringt eben besonders etwas, wenn man zum Beispiel das Boulder Sidesort farmen will, das kann man übrigens eben hier gut dann in den Fotos machen, von den Boulder Knights, aber, ja, genau, jetzt ist es voll, und jetzt der nächste wird das gleich dann durchbrechen, also, auf jeden Fall, das ist gut zum Farmen, und, ja, durchbrochen, yay, so geht die Wand auf, und hier, wo liegst du, wo liegst du, da hinten liegst du, da müssen wir noch ein bisschen warten, siehe jetzt, aber, das werden wir da wieder überrollt von dem Stein, der da kommt, ui, und weg ist er, da, Covetus Gold Serpent Ring, es gibt auch noch den Silver Serpent Ring, da hat man dann, glaube ich, erhöhte, ähm, Seelen, äh, Ratio von Souls, die man finden kann, so, genau, das jetzt aber, das jetzt, jetzt, kennt ihr den Unterschied, hier ist die Kette auf der Seite gerade, das heißt, wenn ich jetzt auf Open drücken würde, dann würde mich der Mimik essen, aber man kann, es gibt auch halt, ich meine, ich könnte es natürlich angreifen und gegen kämpfen, aber ich schreibe jetzt gerade nach, ob ich ein gewisses Item habe, ich habe einen Lloyd Talisman, hahaha, oh ja, also, das ist ein Lloyd Talisman, der ist ihm gestanden, ja, bla bla, das macht ihm was tolles, aber, man kann es auch für etwas anderes verwenden, ja, Prince Estus, Discovered Within a Limited Area, ich glaube, wenn, ja, das ist es, muss schon gehen jetzt, wenn ich das nämlich mache, hier, genau, das sieht man schon, und das ist, ist das nicht eine böse Truhe, kann ich das Item, das die Truhe hat, einfach so jetzt rausnehmen, wo sie schläft, ist das nicht was lustiges, das ist der Mimik, aber ich greife ihn jetzt an, weil, Problem ist, ich kann ja keinen Backstab machen und, oh, die haben viel Leben und die machen mir auch ziemlich böse Schaden, aber gut, und die können auch immer, die könnten auch eine ähnliche Attacke machen, wie dieser, ähm, Baum Trance aus und Dark Roots Basin, und zwar, hui, sie können auch nehmen und essen und das macht ziemlich viel Schaden, ups, ich sage, ich tue es einfach nur jetzt, ups, gerade noch Schild ab, naja, bisschen da, es ist halt ein bisschen blöder, weil es doch ein bisschen ein enger Raum ist, aber jetzt, das ist, glaube ich, jetzt die erste Stelle, wo man eben die Mimiks sieht, genau, das ist der Attacke, wo man essen wollte, ist die erste Stelle, wo man die Mimiks sieht und die kommen dann in Analondo und so weiter öfters, jetzt wollte er mich wieder essen, passiert nicht, da, zipp, 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 oh Gott, er hat jetzt, verdammt, dann bin ich jetzt doch tot, natürlich, ich habe es wieder, ich habe es natürlich wieder dumm reden müssen, ich schaffe es zum ersten Bonfire, ist nichts passiert, der Mimik hat einen Hunger gehabt und ich bin jetzt tot, gut, also Leute, so macht es das bitte nicht, aber ich glaube, das lasse ich jetzt einmal, das nächste Video werde ich dann, wenn es mich mehr auf Sense Fortress konzentrieren und mich nicht so lustig herumspülen, aber ja, Leute, das war es mal, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, wenn ich euch diese lustige Möglichkeit zeige, ein bisschen Seelen zu farmen und ja, bis zum nächsten Mal dann, ciao!